Sie spüren es nicht, sie fühlen es nicht. Ebers Apfel heißt heute Ria. Ria ist ganz, ganz neu. Von Theani. Ich will wirklich den ganzen Tag frisch sein, denn andere merken es zuerst. Wissen Sie, was er mir gesagt hat? Aufregend weiblich. Ria von Theani. Ich könnte ewig darin baden.